So, was hab ich noch? Das Netzwerk der Klimaleugner. EIKE steht für Europäisches Institut für Klima und Energie. Das hier ist das Logo. Wirkt wie eine europäische Institution, oder? Falsch gedacht. EIKE hat seinen Sitz in Jena und das Institut ist der Dreh- und Angelpunkt der deutschen Klimaleugner-Szene. Das heißt, sie streiten den wissenschaftlichen Konsens zum menschengemachten Klimawandel einfach ab. Der IKCC ist sich ganz sicher. Die beobachtete Erderwärmung ist zu 100% vom Menschen gemacht. Wer dies bestreitet, muss ein Feind der Wissenschaft gekauft oder bekloppt sein. Ja. Sie können mich gerne auch vielleicht Klimaleugner nennen, weil das hat auch etwas Religiöses, das Ganze, dieser Klimaglaube. Mir geht es darum, ob es denn tatsächlich so ist, dass das CO2 wirklich diesen Klimawandel ausgelöst hat. Ja, hat es. Im Rat sitzen ein Haufen Hobby-Experten. EIKE hat einen geilen YouTube-Kanal, auf dem sich eine Moderatorin vor dem schlechtesten Greenscreen der Welt mit MyLab anlegt. Und krass peinlich kann man nicht ohne E, I und K buchstabieren. Zufall? Wohl kaum. Okay, wir würden uns lebend gerne einfach nur kurz über dieses Institut lustig machen und dann aus den Augen, aus dem Sinn. Aber so einfach ist es leider nicht. Denn hinter EIKE verbergen sich mehr Riggi, danke schön. echtige Institutionen. Die Verbindungen reichen bis zu den gewaltigen Ölkonzernen der USA. EIKE bietet Schlüssellobbyisten eine Bühne in Deutschland. Das Institut diktiert maßgeblich die Klimapolitik der AfD. Es hat aber auch Verbindungen zu der FDP und... der CDU. Und in letzter Zeit zeichnet sich eine beunruhigende Entwicklung ab. Die Klimaleugner ändern ihre Strategie. Und nehmen so sogar mittelbar Einfluss auf den Vorsitzenden der Union. Nein, Friedrich Merz ist ein verschwurbelter Trottel? Heute geht es darum, wie der Diskurs rund um den Klimawandel und die Energiewende in Deutschland auf gefährlichste Art und Weise unterwandert, manipuliert und verzehrt wird. Wut und Panik. Oh Gott, nein! Nicht die! Nicht die! Oh Gott, nicht die Greta Thunberg für die Faschos! Oh Gott, die Fascho-Greta! Oh, fuck! Oh nein! Oh nein! Wir hören unseren Gegnern. Wir hören unsere Landschaft an, mit den gigantischen Infoskie-Anlagen, die sie bei uns wollen. Bei der Klimadebatte sollten wir ebenso wie in anderen Lebensbereichen wahrscheinlich echten Experten vertrauen. EIKE ist eigentlich gar kein Institut. Institut darf sich ja jeder nennen, das ist kein geschützter Begriff in Deutschland. Das ist Prof. Dr. Matthias Quent. Warte mal, bedeutet das, ich darf mich auch einfach Institut nennen? Er ist Soziologe und Experte für Rechtsextremismus und Radikalisierung in Deutschland. EIKE ist ein Verein. Gegründet wurde er 2007 von Holger Thuss. Ich will hier auch nicht reinsprechen. Ich möchte, dass Sie jetzt ausgehen. Und wenn Sie nicht sofort verschwinden, wäre ich gewalttätig. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich will Sie hier nicht sehen. Gemeinsam mit einer Reihe weiterer älterer Hobby-Experten sieht er die Behauptung eines menschengemachten Klimawandels Wenn Sie nicht gehen, werde ich aber gewalttätig. Ich bin in der DDR aber aufgewachsen. Sie wissen ja auch nicht, was Sie sagen. Oh Gott, die Welt. Ich frage mich, warum ich eine regenerative Energie brauche, wenn ich eine konstante, billige und preiswerte Energie aus fossilen und Kernbrennstoffen erzeugen kann. Genau, Herr Altmaier. Äh, äh, Herr Limburg. Genau. Endlich sagt es mal einer. Warum brauche ich denn eine unendliche Energie und soll mir Gedanken darum machen, wenn ich einfach günstige Energie aus Russland importieren kann? Das soll mir mal einer erklären. Was soll schon passieren? Russland ist unser wichtigster Energiepartner. Die werden doch nicht einfach einen Angriffskrieg anfangen. Oder? Sehr gut gealtert. Die Vorstellung, dass der Mensch das Klima lenkt, steuert, dass man da sagen kann, wir wollen plus 1,5 Grad, plus 2 Grad, wir wollen weniger Hurricanes, das ist doch eine absolute Hybris. Die Vorstellung, dass der Mensch das Klima beeinflusst, indem die FCKW-Gase in die Rhythmusphäre gehen, ist vollkommen unverständlich. Und sie nehmen Einfluss auf die deutsche Politik. Zum Beispiel gab es da schon einige Verbindungen zur FDP und zur Union. 2013 lud die FDP Sachsen zur alternativen Öko-Konferenz in Dresden ein. Warum denn immer Ostdeutschland, Digga? Warum? Warum immer Ostdeutschland? Was haben wir gegen Ostdeutschland? Warum ist es denn so immer Ostdeutschland? Dort war der Eicke-Autor Dr. Peter Heller Referent. Auch der FDP-Politiker Holger Kramer hielt einen Vortrag. Und das als damaliger umweltpolitischer Sprecher der FDP im EU-Parlament. Auf dem Blog Achse des Guten erschien außerdem ein klimaskeptischer Artikel von Kramer. Auch Eicke hat ihn auf der eigenen Website gepostet. Achse des Guten? Boah. 2014 schied Kramer aus dem EU-Parlament aus. Er war dann Mitglied im Umweltausschuss des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und ist seit 2019 ein EU-Lobbyist für Daimler. Yay. 2014 hat der Umweltausschuss des Niedersächsischen Landtages über stärkere Klimaschutzgesetze diskutiert. Dafür wurden Experten eingeladen. Neben dem renommierten Klimaforscher Prof. Dr. Rahmsdorf wurden auch zwei Eicke-Beiratsmitglieder angehört. Ihre Einladungen erhielten sie von CDU und FDP. Das hier ist der CDU-Politiker Dr. Philipp Lengsfeld. Hier spricht er 2016 auf einer Eicke-Konferenz. Oh Gott. Für mich ist ganz klar, dass Sie hier einen Dienst an der Wissenschaft und auch an der Demokratie leisten. Zu diesem Zeitpunkt war er Mitglied des Bundestages und des Forschungsausschusses. 2019 war Eicke-Pressesprecher Prof. Dr. Lüdecke beim Wirtschaftsrat der CDU Thüringen zu Gast. Dort hielt er einen Vortrag zum Thema Klima- und Energiepolitik im Zeichen von Pariser Abkommen und Schülerprotest. Die Werteunion Bayern ist eine Inoffi- Oh nein, nicht die Werteunion. ... doch bedeutende konservative Strömung innerhalb der CSU. Sie übernimmt offensichtlich Standpunkte zum Klima von Eicke. Doch nirgendwo hat Eicke auch nur ansatzweise so viel Einfluss wie in der AfD. Oh Gott. Bundestagsabgeordnete wie Dirk Spaniel und Peter Böhringer verweisen zum Beispiel in ihren Telegram-Chats auf Eicke-Artikel. Die Partei lädt Eicke-Mitglieder als Experten in den Deutschen Bundestag ein. Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis für einen menschgemachten Klimawandel. Weißt du, das ist so eine ermüdende Diskussion, weil ganz am Ende dreht sich das ab einem gewissen Punkt darum, dass man sagt... Aber das ist ja seine Meinung. Das ist ja nur seine Meinung. Hast du etwa was gegen seine Meinung? Oh, das ist so ermüdend. Das ist so ermüdend. Das sind immer so... Solche Diskussionen führst du dann. Aber das ist seine Meinung. Du hast deine Meinung, er hat seine Meinung. Und er ist da... Halt deine F***, Digger. Eicke-Pressesprecher Lüdecke war 2019 zudem Sachverständiger für die AfD im Umweltausschuss. Lüdecke ist kein Klimaforscher, sondern ein Physiker und pensionierter Professor. Auch Eicke-Vizepräsident Michael Limburg ist für die AfD tätig. Oder warum sehen die alle aus, als wären die aus irgendwelchen Katakomben nochmal entstaubt worden und in ihre alten Anzüge gesteckt? Er ist Mitarbeiter im Büro von ihm hier, Carsten Hilse. Hilse ist AfD-Abgeordneter im Deutschen Bundestag und Sprecher für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Wow. Außerdem war Limburg im Bundesfachausschuss Energiepolitik der AfD. Dort wirkte er maßgeblich an den klimapolitischen Positionen der Partei mit. Du darfst nicht widersprechen... Du darfst nicht widersprechen, er hat Professor und Doktor im Namen und hat ein Institut. Doch, doch. Ich meine, es gibt ja auch Professor, Doktor, Fußballprofis, die sich auch inkompetent über Impfungen unterhalten. Es gibt Leute, die sind Fischbiologen und reden irgendwas über die Geschlechtsidentität von Menschen. Es gibt Leute, die sind halt einfach, die haben ein Fachgebiet, stellen sich dahin und tun so, als wären sie irgendwie, hätten sie irgendwelche Kompetenzen. Aber sie haben halt Kompetenzen in anderen Feldern, die für die Sachen, in denen sie gerade sprechen, überhaupt nicht relevant sind. Und die Felder, in denen sie die Kompetenzen haben, da haben sie nichts geleistet, was jemals dazu führen würde, dass sie vor eine Kamera treten müssen. Limburg selbst ist eigentlich ein pensionierter Elektroingenieur. Erst als Rentner begann er sich für die Forschung zum Klimawandel zu interessieren. Sein Wissen brachte Limburg sich also einfach selbst bei. Er entdeckte dabei auch gleich die offensichtlichste Lösung im Angesicht der Erderwärmung. Die Sonne, die Sonne strahlt. Eine der besten Erfindung überhaupt, die niemals richtig gewürdigt ist, wurde es die Klimaanlage. Die guten Beziehungen zwischen Eicke und der AfD sind nicht sonderlich überraschend. Die Partei kann mit den Thesen der Klimaleugner polarisieren. Das sehen wir auch weltweit, dass vor allem die Parteien von Rechtsaußen besonders aggressiv den Klimawandel infrage stellen. Rechtsextreme Parteien, egal ob die AfD in Deutschland oder die FPÖ in Österreich, leugnen systematisch den menschengemachten Klimawandel. Zu dem Thema haben wir schon vor einiger Zeit dieses Video hier gemacht. Eicke nimmt also klaren Einfluss auf die deutsche Politik. Als Sachverständige für die AfD durch gute Beziehungen zu Untergruppierungen anderer Parteien oder auch indem einzelne Politiker ihre Argumente übernehmen. Sie haben ein starkes Netzwerk aufgebaut. Das haben sie aber nicht allein geschafft. Das Heartland-Institut ist eine der bedeutendsten Organisationen der Klimaleugner-Szene in den USA. Früher war das Heartland-Institut für die Tabakindustrie tätig. Damals verharmlosten sie die gesundheitlichen Schäden durch Zigaretten. Heute sehen sie durch Kampagnen und manipulierte Studien aktiv Zweifel am menschengemachten Klimawandel. Damit wollen sie vor allem eines verhindern. Neue Klimaschutzgesetze. Dafür hat das Heartland-Institut auch eine Reihe von recht großzügigen Unterstützern. 2021 verzeichnete es laut eigenen Angaben Einnahmen von 4,1 Millionen Dollar. Das Geld erreicht das Heartland-Institut meist nicht direkt, sondern über Umwege durch anonyme Spenden. Recherchen konnten aber zeigen, dass ein Teil des Geldes zum Beispiel vom Ölkonglomerat ExxonMobil kommt. Unternehmen wie ExxonMobil haben ein besonderes Interesse daran, den öffentlichen Diskurs zum Klimawandel zu beeinflussen. Denn Klimaschutzmaßnahmen sind schlecht für das eigene Geschäft. Also haben sie zum Beispiel systematisch Studien finanziert, welche die Risiken des Klimawandels herunterspielen. Exakt das gleiche, was damals die Tabaklobby gemacht hat in der direkten Konfrontation der Gesundheitsschädigung. Exakt dasselbe. Weitere Geldgeber des Heartland-Instituts sollen die Mercer Family Foundation und die Coke-Brüder sein. Die Wissenschaft und die haben sich auch davon inspirieren lassen. Die haben die Wissenschaft genutzt, indem sie Wissenschaftler, die korrupt waren oder die das Portemonnaie offen genug hatten, bezahlt haben für Studien, die die eigene Agenda unterstützt und damit haben sie die Wissenschaft angegriffen. Und dann haben sie versucht, den öffentlichen Diskurs in diese Richtung zu drücken und haben sich mit dieser Art und Weise bewaffnet. Absolut ekelhaft. Letztere haben ihr Geld mit Erdöl, Erdgas, Kohle und Plastik verdient. Beide Familien verfügen über Milliarden und finanzieren in großem Maßstab klimaskeptische Organisationen. James Taylor ist der Präsident des Heartland-Instituts. Auf der Website der Organisation gibt sich Taylor als studierter Atmosphärenforscher aus. In Wirklichkeit hat er aber nur ein paar Kurse besucht. Als er darauf angesprochen wurde, dass er ja kein Wissenschaftler sei, hat er gesagt. Ähm, okay, aber warum erzählen wir euch das alles? Naja, Taylor ist ein gern gesehener Gast auf EIKE-Konferenzen. Er ist auch Facebook-Freund von Holger Thoos und Michael Limburg. Auf der amerikanischen Website erscheint Thoos als Ansprechpartner. Beide Institute geben auch Charakteren wie Naomi Seibt eine Bühne. International auch bekannt als die Anti-Greta. Sie ist eine deutsche YouTuberin, die auf ihrem Kanal klimaskeptische Inhalte veröffentlicht hat. Klimaskeptisch? Aber von persönlichen Verbindungen einmal abgesehen. Das Heartland-Institut unterstützt EIKE gemäß einer Recherche auch direkter. Nämlich sowohl personell, ideell als auch finanziell. Das hat James Taylor uns in unserer Recherche auch bestätigt, dass eben Geld vom Heartland-Institut an EIKE fließt. Korrektiv-Reporterin Katharina Huth hat James Taylor persönlich getroffen. Zusammen mit einem Kollegen war sie undercover auf einer EIKE-Konferenz. Dort haben sie sich als Mitarbeiter einer PR-Agentur ausgegeben. Wir haben uns überlegt, dass wir so auftreten und erzählen, dass wir einen Kunden aus der Automobilindustrie haben, der gerne 500.000 Euro in eine klimawandelleugnende Kampagne stecken möchte. Haben die das auch genauso gesagt? Hallo, äh, Mister. Wir haben einen Kunden eines großen Automobilherstellers, der in ihre Wissenschaft gerne 500.000 Euro stecken würde, damit sie wissenschaftlich erklären können, dass wir cool sind. Wie wär's? Dadurch kamen sie auch ins Gespräch mit Taylor. Er machte ziemlich schnell klar, mit dem richtigen Budget können auch klimaskeptische Kampagnen in Deutschland durchgeführt werden. Beispielsweise hätten wir Statements bekommen von vermeintlichen Experten, die uns dann gesagt hätten, dass die gesundheitlichen Auswirkungen von Dieselmotoren gar nicht so hoch sind, wie man denkt. Das Heartland-Institut hätte also zwei angebliche amerikanische Experten damit beauftragt, falsche Forschungsergebnisse als Statements zu veröffentlichen. Wundervoll. Das hätten wir dann nutzen können in Deutschland und sagen können, hier gibt es Studien, hier gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Mein Wagen für Ortese. Uns darauf berufen. Alles, was man dafür hätte tun müssen, wäre die halbe Million Euro einfach anonym an das Institut zu spenden. Wir haben das Heartland-Institut um Stellungnahme gebeten. Wir haben bisher keine Antwort erhalten. Als Verein muss Eike seine Einnahmen nicht öffentlich darlegen. Offiziell finanziert sich der Verein durch Mitgliederbeiträge und Spenden. Holger Thuss hat den Recherchen von Correctiv uns gegenüber in einer Stellungnahme widersprochen. Es hätte in der Vergangenheit nur die Übernahme einiger Reisekosten von Referenten durch das Heartland-Institut gegeben. Außerdem wäre ihm in Las Vegas neulich auch einmal ein Abendessen und einmal ein Mittagessen bezahlt worden. Beides habe aber nicht besonders geschmeckt. Auf die Frage, ob Gelder amerikanischer Ölkonzerne auch direkt oder indirekt an Eike geflossen sind, hat Thuss sarkastisch reagiert. Wer das behaupte, habe außerdem einen ganz gewaltigen Dachschaden. Eike hat allerdings noch weitere indirekte Verbindungen zur amerikanischen Ölindustrie. Und zwar über C-Fact. Das ist das Committee for a Constructive Tomorrow, eine konservative Denkfabrik aus den USA. C-Fact erhielt nachweislich Spenden von der ExxonMobil Foundation sowie zwei amerikanischen Kohlebergbauunternehmen. C-Fact und Eike haben gemeinsam Konferenzen veranstaltet. C-Fact Europe war ein Ableger der amerikanischen Organisationen. Holger Thuss antwortet uns auf unsere Anfrage schlicht, eine Organisation C-Fact Europe existiert gar nicht. Stimmt im Prinzip. Aber der Verein wurde 1999 ins Leben gerufen, registriert an der gleichen Postadresse wie Eike. Holger Thuss selbst war im Vorstand und erst Anfang dieses Jahres wurde C-Fact Europe aus dem Handelsregister entfernt. Letztendlich reichen die Interessen der amerikanischen Öl- und Kohleindustrien über Partner von Eike bis in unsere deutsche Politiklandschaft hin. Alter, das ist so traurig, dass da unten FDP steht, dass da CDU steht, wundert mich nicht. Dass da Werteunion steht, wundert mich auch nicht. Aber dass das hier steht, das ist hart peinlich, Digga. Eike ist in Deutschland zum Glück nicht mal ansatzweise so einflussreich wie zum Beispiel das Heartland-Institut in den USA. Doch auch wenn die Organisation recht klein ist, zeichnet sich momentan ein beunruhigender Trend ab. Die Klimaleugner wechseln zunehmend die Strategie. Und hier spielt besonders eine nicht existente Technologie eine große Rolle, an die unglücklicherweise auch Friedrich Merz glaubt. Deutschland will weg von Kohle und Gas hin zu erneuerbaren Energien. Doch diese Energiewende geht nur schleppend voran. Teils kommt sie immer wieder von... Grüße gehen raus an Bayern, Digga. ...fast gänzlich zum Erliegen. Häufig auch aufgrund einiger lauter und mächtiger Gegner. Wenig überraschend, die Klimaleugner sind hier vorne mit dabei. Sie wollen die deutsche Energiewende mit allen Mitteln verhindern. Dafür haben sie mittlerweile auch ihre Strategie geändert. Denn mit ihren klassischen Schwurbler-Thesen kommen sie nicht mehr weit. Wir wissen aus der Forschung, dass der Anteil derjenigen, die wirklich nicht an die Existenz des menschengemachten Klimawandes glauben, sehr, sehr gering ist. Das heißt, das ist nichts, was besonders... Das mit der FDP ist aber schon elf bis acht Jahre her. Und soweit ich das richtig gesehen, gehört habe, war es auch nur einer von denen. Trotzdem nicht schön, aber man ist ja trotzdem raus aus der aktiven Politik. Der Grund, warum ich das nicht gelten lassen kann, ist, weil das einen Kern, ein Problem in der politischen Betrachtung dieser Art und Weise gibt. Denn was da passiert, ist es nämlich genau das, was wir politisch verhindern müssen. Der hat sich für einen Verein stark gemacht, an den, der ihn bezahlt oder nicht bezahlt oder zumindest einen Benefit gibt. Und dann ist er aus der Politik in die Privatwirtschaft gewechselt und arbeitet jetzt für einen großen Automobilhersteller als Lobbyist. Und das ist so ein riesiges Kernproblem von den konservativen beziehungsweise liberalen Parteien. Das ist grundsätzlich etwas, was man anerkennen muss als so großes Problem, dass wir hier von Korruption sprechen. Korruption, die bei der SPD fast passiert, mit Gasgärt, die bei der CDU passiert, mit der Maskenaffäre, die bei der FDP passiert, mit unzähligen Beispielen. Jetzt beispielsweise den hier mit dem Autolobbystandard. Das gibt es einfach zu oft. Und du wirst es wahrscheinlich auch bei den Grünen finden irgendwo. Und da wir diese Konsequenz kennen und da das hier auch nochmal thematisiert wird, ist der Schluss ganz klar, Lobbyismus gehört verboten. Besonders gewinnorientierter Lobbyismus gehört verboten. Dass Non-Profit-Agencies sich dafür einsetzen, dass gewisse Sachen passieren, cool, kann man vielleicht drüber reden. Aber das Kernproblem dieser, du profitierst von einer Politik, die du nur machst, damit du davon profitierst und nicht für die politischen Standpunkte, das muss man endlich mal angehen. Also gehören strikte Regelungen in Kraft, die Politiker verbieten, Berufstätigkeiten gewisse Zeiten nach der politischen Karriere machen. Ich bin da bereit, für 10, 20 Jahre zu stimmen. Und deren Tantiemen hochzusetzen oder deren Abfindungen hochzusetzen. Aber es darf auf jeden Fall nicht der Fall sein, dass politische Einflussnehmer sich nach der politischen Karriere in irgendwelchen Betrieben gerne, zumindest in dem Land, in dem sie Politik betrieben haben, heftig positionieren können. Also da muss man sehr gezielt herangehen. Das ist auch nicht eine einfache Aufgabe, aber das ist halt, das Problem ist, die Leute, die das entscheiden, das ist, wie beschreibt man das am besten? Fragt die Frösche danach, ob der Tümpel größer werden soll, weißt du? Also theoretisch muss es eine unabhängige Stelle geben, die ein politisches Kontrollgremium, das die Verbundenheit zu Privatunternehmen so heftig kontrolliert und auch verbieten kann, dass da ganz am Ende eine Konsequenz herauskommt, die einfach solche Sachen nicht mehr möglich macht. Und das muss explizit für politische Ämter gemacht werden. Also es ist halt einfach, es ist halt, es ist halt, es funktioniert so nicht. Die Leute verlieren das Vertrauen in parlamentarische Politik und jedes Mal, wenn jemand für das Vertrauen in parlamentarische Politik verliert, wählt er Extreme, ob nun Extremlinke oder Extremrechte, lasse ich uns mal dahingestellt, denn sowohl das eine als auch das andere ist aktuell eine Katastrophe und wenn es gewählt wird, ist das eine politische Katastrophe und man muss da was machen. Also wirklich, man muss da was machen. Es ist wichtig, da endlich zu reagieren, denn wir gucken uns ständig diese Scheiße an. Wusstet ihr eigentlich, dass alle CDU, CSU-Politiker, die in der Maskenaffäre profitiert haben, 500.000, 620.000 und 980.000 Euro eingesteckt haben im Zusammenhang, das war Nüßlein, das war Sauer, das war noch jemand, die durften das alle behalten. Die durften das alle behalten. Es wurde nachgewiesen, dass sie sich haben bestechen lassen. Es wurde ermittelt und sie wurden freigesprochen, weil es nichts gibt, das ihnen verbietet, das zu machen. Und da gibt es hohe sechsstellige Beträge. Provision ist keine Bestechung. Das war ganz klar Manipulation, ganz klar auch Einflussnahme, gewinnbringend. Und die haben es behalten. Es ist ja nicht mal so, dass ich erwartet habe, dass die eine Strafe bekommen oder so. Aber die hätten doch zumindest die Scheiße ab, die die Scheiße nicht behalten dürfen. Nichts. Keine Strafe bezahlt, alles behalten. Und solange es solche Fälle gibt, von diesen offiziellen Vorteilsnamen, die juristisch ausgedribbelt werden können, So lange wird es ein ernstes Problem mit dem Vertrauen von Menschen in parlamentarische Politik geben. Weil ich kann verstehen, wenn man den gewissen Parteien dann vorwirft, dass die sich nur selbst bereichern wollen. Absolute Katastrophe. Das ist anschlussfähig in der Bevölkerung. Also geben viele einstige Klimaleugner zu. Okay gut, den Klimawandel gibt es doch. Die Erde erwärmt sich. Aber, aber, das Wort Klimakrise, diese Katastrophenstimmung, das ist alles total unnötig. Und erneuerbare Energien sind gar nicht so toll. Das heißt, man nimmt eher die Maßnahmen in den Blick. Man beschreibt diese als ideologisch, als nicht wirksam, als übertrieben oder sogar als gefährlich. Neben Kohle- und Atomkraftwerken sollen wir laut Eicke statt auf Wind und Solar künftig viel lieber auf eine andere Technologie setzen. Der Dual Fluid Reaktor, kurz DFR, könnte der Game Changer werden. Oh Gott. Der DFR ist ein Konzept, bei dem zwei Flüssigkeiten zum Einsatz kommen. Einerseits der Kernbrennstoff wie Uran, andererseits kühlendes, flüssiges Blei. Eicke macht seit fast zehn Jahren Stimmung für den DFR. Und in der Theorie klingt der Reaktor fantastisch. Eine neue Art von Kernkraft ohne ein Atommüllproblem. Saubere Energie, günstiger als Braunkohle. Aber das Urteil von Experten ist ernüchternd. Es gibt davon keine Prototypen und es gibt erst recht keine kommerziellen Anlagen. Das ist David Pfeiffer vom Umweltbundesamt. Er beschäftigt sich damit, wie die Energieversorgung der Zukunft aussehen könnte. Die Technologie ist derzeit nicht realisierbar. Technisch sei vieles noch unklar. Natürlich kann man in der Richtung weiterforschen, aber man rechnet mit bis zu 50 Jahren, bis der erste Reaktor überhaupt Strom liefern könnte. GG. Das ist aber deutlich zu spät und wird vermutlich auch deutlich zu teuer sein. Und man kann zumindest bezweifeln, ob es überhaupt jemals dazu kommt, da es ja nur ein theoretisches Konstrukt ist. Trotzdem hat der Dual-Fluid-Reaktor viele Fans. Da wäre die AfD zum Beispiel. Aber tun wir mal so, als ob uns in 100 Jahren der grausige Klimatode eilen würde, wenn es ein kleines bisschen wärmer wird und auch ... Immer wenn solche Leute die Klimawandel verargumentieren, dann reden sie von irgendwelchem Wetter und Wärmer. Aber die haben keine Ahnung, was Klimawandel bedeutet. Dass das ein bisschen wärmer wird, ist überhaupt nicht die Problematik. Sondern dass eine Sturzflut im Ahrtal einfach mal von tausenden Leuten das Leben zerstört, weil wer gedacht hätte, weil diese Extrembedingungen und diese Extremwetterphänomene halt häufiger werden. Das hat nichts mit dem Wetter zu tun, ihr dämlichen Trottel. Das Wetter, das Wetter. Was? Wovon redet ihr? Dann wäre der Dual-Fluid-Reaktor die Lösung für ihren Klimawandel. Und auch der CDU-Spitzenpolitiker Friedrich Merz. Die Frage dieses sogenannten Dual-Fluid-Reaktors. Laut ihm bräuchte Deutschland in Zukunft Technologien wie den Dual-Fluid-Reaktor, weil erneuerbare Energien allein den wachsenden Strombedarf in 10 bis 15 Jahren angeblich nicht abdecken könnten. Diese Argumentation wiederholt er auch im Fernsehen. Zum großen Bild gehört, dass wir mit Sonne und Wind allein den Strombedarf unserer Volkswirtschaft, auch der privaten Haushalte in Deutschland, wenn wir es ernst meinen, mit CO2-neutraler Wirtschaft bis zum Jahr 2050 nicht denken können. Das ist übrigens der Grund solcher Argumentationen im Rahmen der Ausweglosigkeit der Klimaproblematik. Das ist übrigens der Grund, warum man sich felsenfest sicher sein kann. Und das auch schon durch Experten prognostiziert wurde, dass diese 1,5 Grad längst gestorben sind. 1,5 Grad, das wird man nicht mehr schaffen. Die 1,5 Grad sind aber so wichtig, weil sie natürlich eine Kettenreaktion von CO2 freisetzen werden, die einfach gerade in den sibirischen Eiszonen, wo halt einfach CO2 gespeichert ist, das seit Jahrhunderten, Jahrtausenden da drin ist, freigesetzt wird und dann einfach diese Permafrostböden aufgebrochen werden und dieser unerfallsame Anstieg der Temperaturen dann einfach nicht mehr in den Griff zu kriegen ist. Das bedeutet, dass man am Ende irgendwas bei 3, 3, 5, vielleicht sogar 4 Grad Erwärmung rauskommt. Und das bedeutet, dass diese katastrophalen Wetterereignisse sich um ein Vielfaches vergrößern und dass große Teile von Kontinenten, wie beispielsweise Afrika, drohen unbewohnbar zu werden. Und das wird dann interessant und da muss man sich einfach mal die Frage stellen, warum ist denn eine Partei wie die AfD daran interessiert, solche Argumentationen zu pushen? Ja, weil wenn nämlich in 50 Jahren oder in 75 Jahren die politische Landschaft, vielleicht wenn es so weit gedacht ist, eine sehr interessante sein kann, wenn aus Südafrika aus der zunehmenden Versteppung und Unbewohnbarkeit des Landes auf einmal Hunderttausende Millionen Geflüchtete aus ihren Regionen stehen und nach Europa wollen, weil auf einmal kannst du da nicht mehr leben. Das wird die größte Flüchtlingskatastrophe, die man sich vorstellen kann. Das ist nichts, nichts ins Verhältnis zu setzen. Diese Katastrophe wird Europa in die Knie zwingen, weil die Radikalisierung von solchen Parteien natürlich dann dazu führt und sagt, ja, wir haben es doch gesagt, jetzt ist... Und dann auf einmal, und dann ist wieder der Ausländer schuld. Tja, GGWP. Eifer widerspricht diesem Narrativ vehement. Ich würde da jetzt mal sagen, das ist in jedem Fall möglich, bis dahin Treibhausgasneutralität zu erreichen. Laut ihm seien für die Deckung des Strombedarfs zukünftig schlicht ganz andere Technologien und Konzepte relevant. Dazu gehören zum Beispiel intelligente Stromnetze, Sektorkopplung und Wasserstoffkraftwerke. Warum halten die AfD, Eike und Co. dann an dem Reaktor fest? Man will keine Veränderung, weil man von dem Status quo, von der jetzigen Situation so gut profitiert. Die fossile Energie war ja eine Gelddruckmaschine für die großen Konzerne. Das heißt, wir haben es hier mit klassischen Ausweichargumenten zu tun, die sagen, aber wir hätten ja eine potenzielle Alternative. Im Sinne von, wenn doch so ein toller, stabiler Reaktor bald kommt, müssen wir jetzt nicht raus aus der fossilen Energie. Erlöst doch all unsere Probleme. Eike kann so laut Quent die Öl- und Kohle- und Gasindustrien in Schutz nehmen. Die AfD kann Aufmerksamkeit generieren. Merz kann die Regierung angreifen und sich mit einer Zukunftstechnologie als fortschrittlich inszenieren. Laut eigenen Aussagen habe er durch einen Vortrag des Politikers Otto Schilly von der Technologie erfahren. Nicht über Eike oder ähnliche Akteure. Dennoch hat ihn die Taz schon 2020 darauf aufmerksam gemacht, dass die AfD den Dual-Fluid-Reaktor in ihrer Rhetorik nutzt. Wir erinnern uns, die Partei, bei der Eike maßgeblich politischen Einfluss ausübt, die Klimapolitik teils mitdiktiert. Könnt ihr euch daran erinnern, was ich gesagt habe, als wir die letzte Bundestagswahl abgeschlossen haben und klar war, dass die CDU, CSU beziehungsweise die Union in die Opposition rutscht. Und wir werden beobachten, wie auf einmal auf Basis der Oppositionsarbeit die AfD und die CDU sich immer näher kommen. Ja, it's happening, Digga. Das hindert Merz bis heute nicht daran, die Ablenkungsdebatte über den Reaktor immer wieder anzufachen. Wir haben ihn diesbezüglich um Stellungnahme gebeten und ihn mit den Einschätzungen Pfeifers und Co. konfrontiert. Wir haben bisher keine Antwort erhalten. Eikes politische Verbindungen sind gruselig. Der Verein versucht seit über einem Jahrzehnt, die Klimapolitik in Deutschland zu unterwandern. Über Parteien hinweg, doch insbesondere mit enormem Einfluss auf die Klimapolitik der AfD. Dabei arbeiten sie eng mit amerikanischen Lobbyorganisationen zusammen, die klare Verbindungen zu Kohle- und Ölkonzernen haben. Und durch den aktuellen Strategiewechsel werden sie gefährlicher denn je. Weg vom bloßen Geschwurbel hin zu Ausweichargumenten. Jahrzehnte entfernte Luftschloss- technologien als Gegenangebot zu massiven Investitionen in erneuerbare Energien. In der aktuellen Debatte rund um die Energieversorgung in Deutschland könnte sich... Ja, ich weiß, dass Merz diesen NPD-Spruch des Sozialtourismus benutzt hat. Besonders im Kontext der Ukraine, aus der Ukraine geflüchteten Menschen, die vor Krieg aus Europa, also die vor dem Krieg, einem der nächsten Kriege, die in Europa oder Deutschland in dieser Form gesehen hat. Da setzt er sich in diese Talkshow und redet irgendwas von Sozialtourismus, einem Kampfbegriff der NPD. Und entwundert sich dann danach und sagt, entschuldigen Sie, das habe ich ja gar nicht gewusst, halt doch deine F***, Mr. Burns. Nächstes Jahr wird sehr interessant, beziehungsweise, nee, wann ist die nächste Bundestagszahl? Ende 2023, Anfang 2024? Der Typ wird antreten. 2024, 2025. Digga, die Zeit vergeht. Diese argumentative Sabotage immer häufiger einschleichen. Ob direkt über Eike oder ganz andere Wege. Cheers. Cheers. Sehr gutes Video. Sehr schönes Video. Das wird wirklich sehr, sehr schwierig. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.